Ein Spiel, das Gameplay presentiert. Und hier kommt das wundervolle Pokémon. Pokémon! Pokémon Golden Age Zone! Hat Gold! Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe ein bisschen gespielt. Aber nicht viel. Wow, sorry. Ich habe ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel. Zu dem Anfang... Jetzt bringen die labern, labern und labern. Es hat voll angekacht, dass die die ganze Zeit labern. Ja. Und ich habe mir interessiert, bis hier hin zu rufen. Weil den größten Teil hatte ich eher techniert. Das gespielt. Und ähm, ja. Und der größte Teil war auch... Das labern. So, wir haben ein Pokémon ausgewählt. Das ist... Dann habe ich mir noch... Woltilam geholt. Ich nehme noch Pokémon. Da habe ich... Woltilam... Wieso? Kauzi und Kaninani. Woltilam auf Level 6. Wieso auf Level 7. Kauzi auf Level 7. Und Kaninani auf Level A. Super! Sonst habe ich noch nicht so viel. Und ich will hier auch Woltilam trainieren. Ja. Ich habe wirklich schon gespielt. Und klassisch auch kein Blind. Wuiiii. So höher wäre es, wir hüten. Der Tor wird nicht größer. Ich habe gesehen, dass wir... Das weiß hier nicht mehr so viel Arbeit. Reihen. Kauzi und Kaninani Level 3. Mein Woltilam Level. 6. Kauzi. Wir nehmen die Attacke. Tegel. Tegel. Hm. Spilling Tegener. WTF. Ein Volltreffer. Tegel. Ja. Jetzt über das Spiel. Es ist voll cool. Jo. Knotenani ist Paralys. Paralysiert. Und... Und... Es wird ziemlich die gleiche Attacke an. Oh. Ach, lass mich knuffen. Nein. Knotenani. Knotenani! Ja, wir lachen es einfach. Und wir setzen natürlich jetzt mal kurz mal Beutlein. Pst, wir heilen es. So. Ja, olden haben wir gehört. Äh... Nein! Komm, das ist sehr gut. Steh knuschen. Steh Kartoffeln. So. So. Wooshy. Ja, Mann. Get him da hin. Tref mal Volte, Mann. So. 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 Booo, das läuft nicht mehr, aber... So könnte ich noch nennen? Of so fallen. So. Für mich noch verr cosas,T Sagina... Warum? Warum? Äh, weil es für mich besser ist, denn bei Level 10 erlernt es Donnershock. Ich denke, es ist ein Schöne, ich bin ein Schöne, ich bin ein Schöne, ich bin ein Schöne. Joss! Es ist gut, dass ich Level 8 erreicht habe, aber jetzt werde ich meinen Pokémon wechseln. Nö, ich muss nie. Sorry. Okay, ich nehme Visuo. Okay. Das Visuo ist ein Topf. Äh, egal. Und Jon hat einen eigenen Paraheider. Und wieder ein Kampf. Und wieder ein Kampf. Visuo setzt Kratzer an. Wuiiii. Wow. Schon geil. Geh ja verdammt zusammen. Und ich merke jetzt, dass das Visuo flägt. Sie nicht. Ich lege mich. Ich lege mich ein Pokémon. Ich lege mich. Ja komm, so gleich mal Taubchen. Schönen Knopfend. Hauptsüberheiß ist Tackle und Sandwirbel. Bringt Volley. Ein Vollperfer, aber sieh nur drei Feindigen. Muhahaha. Oh, 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 oh. My fans are cool. Shhh. Fast. Oh, nehm. Comes in the right time. Beleza. Oh, no, no, no. Sonsten. Oh, no. Oh, he is so pretty. Thanks, nobody. Years, years old. Oh, he is going to be completely broken. Oh, oh. Oh, he is still there. Oh, he is still there. We are not going to be enough to change. Oh, he is still there. Sorry, mein Vater. Das war mein Vater.